Guten Morgen aus dem sonnigen und warmen Zypern. Mein Name ist Chris und ich freue mich, Sie persönlich einladen zu dürfen auf unser nächstes Webinar, welches am 24. Mai um 16 Uhr Berliner Zeit stattfinden wird. Da Zypern nicht nur ein überragendes Klima hat, werden wir weitere Potenziale entdecken, zusammen. Zum Beispiel wie der Lifestyle, die Steuern und auch Möglichkeiten für Immobilieninvestments. Das Ganze wird dann von einer QA-Session abgerundet. Ich freue mich auf Sie und bis bald im Webinar. Tschüss! Vielen Dank!